zu zeigen, die Innenwinkelsumme im Dreieck beträgt 180 Grad. Das ist was, das weiß man natürlich, das wissen viele, also die Innenwinkelsumme im Dreieck beträgt 180 Grad, aber viele wissen gar nicht, warum. Und das beweisen wir jetzt. Also, das ist was, was eigentlich so common knowledge ist. Jeder weiß, hallo einsamer Wolfo. Jeder weiß, das gilt, aber warum? Warum gilt das? Und das beweisen wir jetzt. Und wir setzen wie immer Dinge voraus. Wir haben unsere Geobase. Die Geobase, da haben wir schon die beiden Winkel, das Winkelzeugs da oben. Nebenwinkel ergänzen sich zu 180 Grad. Stufenwinkel sind gleich groß. Und wir ergänzen jetzt das, was wir gerade bewiesen haben. Scheitelwinkel sind gleich groß. Das haben wir gerade bewiesen. Scheitelwinkel sind gleich groß. Und was hier in der Übung beweist, was wir jetzt auch voraussetzen, dass ihr das schon habt, weil das in der Reihenfolge sozusagen direkt davor kommt, ist, Wechselwinkel sind gleich groß. Okay? Ich zeige euch das vielleicht mal am Übungsblatt. Also das ist das aktuelle Übungsblatt. Da sind so ein paar Dinge zu geraden zu beweisen. Dann ist zu beweisen, Scheitelwinkel sind gleich groß und Wechselwinkel sind gleich groß. Scheitelwinkel haben wir gerade bewiesen im Video. Wechselwinkel müsst ihr selbst beweisen. Und mit diesen vier Aussagen über Nebenwinkel, Stufenwinkel, Scheitelwinkel und Wechselwinkel können wir jetzt beweisen, dass die Innenwinkelsumme im Dreieck 180 Grad beträgt. Okay? So. Also wir wissen alles über Nebenwinkel, Scheitelwinkel, Wechselwinkel und so weiter. Okay. So, wir machen mal wieder eine Skizze. Wir brauchen ein Dreieck, oder? Wir wollen zeigen, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad beträgt. Also skizzieren wir doch erstmal ein Dreieck. Am besten ein... möglichst allgemeines. Also ich versuche jetzt hier mal hier kein rechtwinkliges zu machen und so. So. Okay. Und die Innenwinkel, wir haben hier eine Aussage über die Innenwinkel, dann können wir die vielleicht erstmal bezeichnen. Mit Alpha, Beta und Gamma. So. Und jetzt können wir auch das, was zu zeigen ist, schon mal hier formulieren, mit den gerade bezeichneten Winkeln. Also zu zeigen ist Alpha plus Beta plus Gamma ist gleich 180 Grad. Und das machen wir wieder mit einem Zwei-Spalten-Beweis. Also können wir schön hier so eine Tabelle hinskizzieren. So. Eine erste Spalte für die Nummer. Ja, es sind eigentlich drei Spalten, aber nehmen wir nicht so eng. Also die Nummer, dann den Schritt, den wir machen und jeder Schritt muss begründet werden. Die Begründung. Okay. Ich mache mal den Anfang, weil das sieht man vielleicht nicht sofort. Natürlich gilt in unserer euklidischen Geometrie das Parallelen-Axiom. Das heißt, zu einer geraden G, also wir können jetzt die Seite C hier unten, die Strecke, ist ja Teil einer Geraden. Kann ich hier mal kurz so ein bisschen skizzieren. Zeichnen Sie mal weiter. Diese Gerade hier unten und hier oben habe ich den Punkt C. Kann vielleicht die Punkte noch am Dreieck benennen. A, B und C. Punkte werden mit Großbuchstaben bezeichnet. Zu der Gerade G gibt es genau eine Gerade durch C, die parallel ist zu G. Und die nenne ich jetzt mal H. Okay. Das wissen wir aus dem Parallelen-Axiom. Zu jedem Punkt und jeder Geraden gibt es genau eine Parallele, die durch diesen Punkt geht. Okay. So. Sieht jemand, was wir tun können? Wir wollen zeigen, dass Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad ist. Wir wollen zeigen, Sieht es jemand? Könnt ihr was mit Nebenwinkeln machen oder mit Scheitelwinkeln oder mit Wechselwinkeln vielleicht? Kalua schlägt vor, man könnte mit dem Nebenwinkel Beta neben Gamma anfangen. Nebenwinkel Beta neben Gamma. Wechselwinkel. Ah ja, okay, du meinst Wechselwinkel. Die Wechselwinkel, genau. Also machen wir das mal. Nehmen wir mal diesen Winkel hier, nennen wir den mal Delta. Okay. Und was meint er mit Wechselwinkel? Was könnte die erste Erkenntnis sein, die wir haben? Wechselwinkel, natürlich. Delta ist gleich Beta, ne? Delta ist gleich Beta. Begründung, Wechselwinkel. Ah, ist H gar nicht schon Schritt 1 in der Tabelle. Du hast vollkommen recht. Wir brauchen vielleicht H, das ist eigentlich ja Schritt 2, ne? Eins, der Schritt H parallel zu G mit C Element von H. Ne? H ist parallel zu G mit C Element H. Begründung Parallelen Axiom. Okay, du hast recht, das sollte man vielleicht hier erst hingeschrieben haben. Also, die Gerade H können wir konstruieren, H parallel G mit C Element H, Parallelen Axiom und dann können wir weitermachen mit Delta gleich Beta und jetzt schlägt Kalua vor, genau, nur noch den anderen Wechselwinkel einzeichen, der gleich Alpha ist. Nehmen wir hier Epsilon, ja, Weil die Geraden G und H parallel sind, sind Alpha und Epsilon Wechselwinkel, also wissen wir auch Alpha gleich Epsilon, Begründung, Wechselwinkel, so. Und jetzt? Gamma plus Delta plus Epsilon gleich 180 Grad, genau, gehen wir mal von links vor, Epsilon plus Gamma plus Delta gleich 180 Grad, eigentlich, ja, warum wissen wir das? Wegen den Nebenwinkeln, ne, unserem Axiom W1, schreib's nochmal hin, wer die Liste nicht hat, das sind die Nebenwinkel, so. Und eigentlich müsste man vielleicht, ich sag mal, vielleicht zwei davon klammern, Epsilon plus Gamma, wenn man diesen Winkel nimmt, plus Delta ist 180 Grad, weil der Nebenwinkel, das Nebenwinkelaxom bezieht sich auf zwei Winkel, wir haben jetzt aber drei Winkel, also wir müssten sozusagen die Winkel so mit der ersten beiden Winkel nehmen und addieren zum zweiten Winkel, zum dritten Winkel, genau. Also, zwei Winkel, Epsilon plus Gamma auf der einen Seite und Delta auf der anderen sind zusammen 180 Grad, so. und als nächstes ist natürlich, können wir jetzt entsprechend Epsilon durch Alpha ersetzen und Gamma durch, Entschuldigung, Delta durch Beta ersetzen, weil in zwei und drei sind ja jeweils die Winkel gleich, das heißt, wegen drei können wir aus Epsilon Alpha machen, plus Gamma und dann aus Delta können wir Beta machen, wegen zwei ist gleich 180 Grad und das ist ja das, was zu zeigen war, Alpha plus Beta plus Gamma, kann man vielleicht nochmal hinschreiben, ist gleich 180 Grad QED, sehr schön, genau. Wir haben also mithilfe der Parallelen durch C und mithilfe von Aussagen über Nebenwinkel und Wechselwinkel bewiesen, dass die Winkelsumme, die Innenwinkelsumme bei einem Dreieck 180 Grad beträgt. Sehr schön. Hat jemand von euch noch Fragen dazu? Ja, !